Ja, hallo zusammen. Am Samstag 15.30 Uhr ist Anpfiff in Freiburg. Da sind wir zu Gast beim SC Freiburg, unserem kommenden Gegner, an diesem 26. Spieltag. Das ist unser Thema heute. Unser Cheftrainer Sandro Schwarz, den ich auch herzlich begrüße, steht wie immer für eure Fragen zu dem Thema dann zur Verfügung. Ich darf vorab noch sagen, dass uns rund 2.200 Hertha-Fans begleiten werden nach Freiburg. Und auch da die Anmerkung noch, dass ich das herausragend finde. Denn wir alle wissen, dass es ja doch ein paar Kilometer sind bis dahin. Das sind rund 800, die dann den Aufwand auf sich nehmen, da runterfahren, die Mannschaft da unterstützen. Das ist wirklich top. Also da an der Stelle schon mal herzlichen Dank dafür. Nicht mit dabei sein werden Cidi Ijouke, Kilian Zona, Jean-Paul Boetius, die alle noch nicht wieder spielfähig sind. Dazu, das wisst ihr, der gelb gesperrte Marco Richter aufgrund seiner fünften gelben Karte, die er sich eingefangen hat im letzten Spiel. Jetzt wird auch kurzfristig noch Servan Jovetic ausfallen, der eine Wadenproblematik mitgebracht hat aus der Länderspielreise. Da hat man die Hoffnung, dass das funktioniert. Aber der wird ausfallen dann für das Spiel. Und auch bei Marc-Oliver Kempf ist noch ein kleines Fragezeichen. Da wisst ihr, der hat Anfang der Woche die ersten Tage individuell trainiert. Ist grundsätzlich dabei, aber da müssen wir mal gucken, ob das dann funktioniert. Soviel vorab zum Personal. Und dann starten wir gerne die Fragerunde. Dann fangen wir an bei der dpa und David Langenbein. Ja, schönen guten Tag, Herr Schwarz. Dodi Lukebakio hat zwei starke Spiele für Belgien gemacht. Ist auch bester Torschütze bei Hertha. Er kam jetzt in diesem Jahr bisher noch nicht so zur Geltung. Auch durch diese Systemumstellung ist seine Position nicht mehr, seine beste Position nicht mehr so richtig da. Wie kann man das schaffen, dass er jetzt wieder seine Stärken besser zur Geltung bringen kann für die Mannschaft? Ja, erstmal ist es so, dass wir natürlich glücklich darüber sind, dass Dodi solche zwei Länderspiele absolviert hat. Und wichtig ist auch, mit einem guten Gefühl, dann auch wieder bei uns zu sein. Und haben wir gestern ganz kurz gesehen. Und jetzt wird es entscheidend sein. Entscheidend sein jetzt die nächsten zwei Trainingstage, wie dann die Entscheidung fällt für Samstag, unabhängig von der Position, dann auch, wie wir damit umgehen mit Dodi jetzt am Wochenende. Dann gehen wir zum Tagesspiegel und Stefan Hermanns, bitte. Du, das ist ja ein Beispiel dafür, wie man dann davon profitieren kann, dass sich jemand bei der Nationalmannschaft Selbstvertrauen holt. Das Gegenbeispiel ist Stefan Jovetic, der jetzt zum wiederholten Mal verletzt ausfällt. Wie reagierst du darauf, wenn diese Nachricht kommt? Ist das schon so ein leichter Anflussflug von Sarkasmus? Kein Sarkasmus auf keinen Fall. Versetzt sich in die Lage des Spielers logischerweise, der auch dann darüber sehr enttäuscht ist, gute Länderspiele absolviert hat jetzt mit Montenegro, die beiden. Hatten auch die Hoffnung, dass er das mitnimmt, auch das Tor, was er gegen Hoffenheim absolviert hat, dass er das mitnimmt in Sachen Leistung jetzt, in Sachen Trainingsintensität für uns jetzt die beiden Tage. Und dementsprechend ist es auch für uns ärgerlich, dass ein weiterer sehr guter Spieler dann auch für uns ausfällt am Wochenende. Dann gehen wir nochmal zur DBA. David Langenlein. Freiburg spielt jetzt in der letzten Saison und dieser Saison auch eigentlich die gesamte Saison über um die Champions-League-Plätze mit. Hat sich jetzt in der oberen Tabellenhälfte auf jeden Fall über Jahre festgewissen. Was macht sie so stark? Ja, über Jahre stimmt in der letzten Zeit schon, dass sie echt sehr stabil wirken in ihrer Leistung, in ihren Inhalten der Arbeit gegen den Ball, sehr aggressiv sind. Darüber hinaus aber auch gute fußballerische Fähigkeiten haben, gute individuelle Qualität haben. Und dass du einfach merkst, dass sie das, was sie auszeichnet, mit einer hohen Intensität auch umsetzt in allen Spielphasen des Spiels. Und das mit dem Selbstbewusstsein, mit jedem Ergebnis, das, was sie erzielen, das siehst du beim SC Freiburg. Weiter geht's bei Stefan Hermanns. Auch daran anschließend, wo siehst du denn Möglichkeiten für deine Mannschaft, dem Freiburg zu begegnen? Konsequent zu verteidigen. Das wird wichtig sein. Und dennoch darüber hinaus sehr mutig zu agieren, in den Ballbesitzphasen, die du hast. Dann auch in deinen Umschaltmomenten, aber in allererster Linie, klar, bedeutet das nicht, dass du passiv agierst, dass du nur hinten drin stehst, aber sehr konsequent verteidigst. Dass du dann auch das, was wir in Hoffenheim hatten, die individuellen einzelnen Fehler, dass du die natürlich vermeidest, aber als Mannschaft aufzutreten, diese Energie, diese Ausstrahlung zu haben. Das, was wir in den Heimspielen gezeigt haben, auch Nehmerqualitäten zu haben, das wird elementar wichtig sein jetzt für das Spiel in Freiburg. Dann gehen wir bitte zu Astrid Kretschmer für den RBB. Daran nochmal anknüpfen, Sie sind ja auch sowas wie die Standardkönige der Liga, entscheiden die Spiele über Standards. Wie kann man die Mannschaft da nochmal speziell drauf einstellen? Ja, auch das, klar, zu trainieren in allererster Linie, dann auch zu analysieren, Videosequenzen zu zeigen, die Stärken von Freiburg und allerdings dann auch, wie wir es zu verteidigen haben, wie wir auch. Auch das, klare Räume zu besprechen, das, was wir immer wieder machen, Woche für Woche, wo wir unsere Möglichkeiten sehen für unsere Offensivstandards. Aber es ist allzeit bekannt, Freiburg, ihre Standardqualität in den letzten Jahren, und darauf gilt es sich jetzt auch einzustellen, sehr seriös und konsequent das auch zu verteidigen. Aber im Umkehrschluss auch deine Situation, seitlichen Freistöße, Eckbälle, die du dann auch bekommst, auch in dieser Gnadenlosigkeit dann auch so durchzusetzen und durchzuführen, dass du den Glauben hast, auch selbst mit Standardsituationen dann auch Tore zu erzielen. Stefan Herrmanns. Stefan Jovetic fällt zwar aus, aber du hast für den Sturm durch Willi Konga wieder einen Spieler dabei, der lange gefehlt hat. Er hat jetzt auch im Testspiel gegen BHK drei Tore gemacht. Kannst du nochmal sagen, wie er sich präsentiert und wie so deine Überlegungen für die Besetzung im Sturm sind? Es gibt ja vier Kandidaten für zwei Plätze. Ja, erstmal ist es gut, dass wir, obwohl Jovo ein wichtiger Spieler ist, der ausfällt, aber trotzdem, dass wir die Qualität haben, jetzt auf dieser Sturmposition, Jessic, der ordentliche Spiele absolviert hat bei der U21, Dodi, das, was wir gerade schon gesagt haben. Aber auch da nochmal, wenn wir gucken jetzt auch, wie die Nationalspieler jetzt auch die Eindrücke haben, jetzt auch in den Trainingseinheiten heute und morgen. Willi finde ich, dass er die Länderspielpause sehr gut, sehr gut genutzt hat. Dann auch in den Trainingseinheiten siehst du dann auch, das, was ihn ausgezeichnet hat, dann jetzt auch gerade in den letzten Trainingseinheiten im Testspiel, diese Torgefahr, diese guten Tiefenläufe. Und dennoch müssen wir gucken jetzt, wie wir das dann auch zusammenstellen vorne, was dann gut passen könnte dann auf das Spiel gegen Freiburg. Wann kommt die nächste Frage von Felix Kraus für 94.3? So ein bisschen die gleiche Frage für die Verteidigung, Marc-Oliver Kempf, wenn er tatsächlich ausfallen sollte. Galt ja die letzten Spiele eher als gesetzt in der Startelf, wie wollen sie ihn ersetzen und wer drängt sich da im Training vielleicht schon jetzt auf? Ja, auch da, im Prinzip müssen wir schauen. Kempfi ist klar, wenn er fit ist, wird er auch spielen am Samstag. Wir müssen jetzt auch schauen, wie es reagiert hat jetzt auch im muskulären Bereich. Natürlich die individuelle Trainingsbelastung, die er jetzt hatte zu Beginn der Woche. Und ansonsten auch da, klar, haben wir die Option dann auch für uns, eventuell dann auch mit einer Systemumstellung, dass du dann auf zwei Innenverteidiger gehst, je nachdem, wie das Konstrukt jetzt auch aussieht personell in den nächsten zwei Tagen. Klar, du hast Filippo Removic, Agu Rochel, dann Marton Dardai, Pascal Clemens als junger Spieler, Pekarek, der das auch spielen kann in der Dreierkette. Also es gibt schon Optionen mit, natürlich aber auch diese Option zu haben, vielleicht dann auch auf zwei Innenverteidiger umzuswitchen, werden wir dann sehen. Gerben Hermanns. Sandro, du hattest nach der Niederlage gegen Hoffenheim gesagt, dass du eventuell mal das Gespräch mit den Spielern suchen müsstest, woher diese Diskrepanz komme zwischen Heim- und Auswärtsspielen. Hast du das mal getan in den zwei Wochen? Definitiv. Also klar, wir haben die Länderspielpause auch dafür genutzt, auch weil wir ja schon auch sehr enttäuschend waren über das Auftreten in Hoffenheim und Daten analysiert haben auch, die Diskrepanz zwischen Heimspielen und Auswärtsspielen. Und wenn du die Daten siehst, sind es nicht so große Unterschiede, um ehrlich zu sein. Du siehst aber dann auch, wenn die gewissen Situationen kommen bei einem Auswärtsspiel, wie wir damit umgehen. Und das ist der größte Unterschied eigentlich als zu unseren Heimspielen. Beispielsweise Rückstand, Heimspiele. Da hast du immer das Gefühl gehabt, jetzt bei uns in der Vergangenheit, okay, wir sind immer in der Lage, mit bestimmten Spielsituationen, bestimmten Spielphasen das Spiel zu drehen. Und das war jetzt speziell Hoffenheim in Bochum, das erste Auswärtsspiel in diesem Kalenderjahr, war das einfach nicht gut genug, wie wir dann damit umgehen. Und da gilt es einfach für uns dann auch stabil, jeder Einzelne wieder in seiner Aufgabe drin zu sein und jeder Einzelne wieder die taktische Disziplin an den Tag zu legen. Das ist das alles Entscheidende. Und dass Fehler passieren in diesem Spiel, das kommt häufig vor. Aber wie gehst du damit um? Und da ist der größte Unterschied einfach, dass wir es in Heimspielen sehr, sehr gut machen und in den Auswärtsspielen, jetzt speziell Hoffenheim, nicht gut darauf reagiert haben. Und das wird für uns auch jetzt wieder wichtig sein, am Samstag auch immer wieder da richtig damit umzugehen, selbst eine Aktivität zu haben. Selbst eine Aktivität zu haben, eine Arbeit gegen den Ball. Selbst eine Aktivität zu haben, in deinem eigenen Ballbesitz, in deiner Umschaltung, um den Gegner dann natürlich auch Fragen zu stellen. Sando, allgemeine Frage zur Trainerthematik. Jürgen Nagelsmann wird entlassen. Ist das alarmierend für die Position des Cheftrainers nach so einem Punkteschnitt mit dieser Leistung in der Champions League, um ihn dann in der Länderspielpause auszutauschen? Sagst du, das ist alarmierend für uns Cheftrainer? Oder nimmst du das gar nicht so zur Kenntnis? Ich glaube, da brauchst du jetzt den Fall Julian Nagelsmann nicht, was die Cheftrainerposition angeht in der Bundesliga. Wissen wir doch alle, wie das läuft. Und dennoch, jetzt speziell zu diesem Fall, kann ich nichts dazu sagen. Und was die Entscheidung dann dazu bewogen hat, die Verantwortlichen, dass sie das dann treffen. Also von daher wissen wir, um die Position des Cheftrainers, wie es auszusehen hat, dann generell in der Bundesliga. Gibt es noch weitere Fragen? Gehen wir bitte nochmal zu Astrid Kretschmer für den RBB. Ich habe mal noch eine Frage, die ist ein bisschen außerhalb der Reihe an dich, Sandro. Die Kollegen vom SWR. Die an mich, ja. Die an mich die Frage haben. Ja, nein, klar, logisch. Denn die Kollegen vom SWR, die machen einen Beitrag über Volker Kersting, den langjährigen Leiter oder Chef des Nachwuchsleistungszentrums in Mainz. Und haben das überschrieben, das Trainer-Trüffelschwein von Mainz. Trüffelschwein. Es sind ja einige aktuelle Bundestrainer in Mainz ausgebildet worden. Bo Svensson, Tuchel und auch ein gewisser Sandro Schwarz. Könntest du vielleicht sagen, was zeichnet ihn aus? Was ist das für ein Typ? Was kannst du zu dem sagen? Kann ich sehr viel sagen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt alles öffentlich sagen soll, ehrlich gesagt. Ja, Volker war mein erster Betreuer, als ich damals von VfB Ginsheim zu Mainz 05 gewechselt bin. Und ja, erlebt den Verein Mainz 05. Hat immer wieder ein gutes Auge für Talente, was Spieler betrifft. Und auch einen hohen Wert darauf gelegt, was Trainerausbildung betrifft in dem Club Mainz 05. Und das, was ich gerade schon gesagt habe, ewig lange schon dort ist ein Mainz 05 Urgestein. Und einer, der wirklich sein komplettes, alles was er hat, reinwirft in den Club. Und für die Trainer immer da war, als Akademietrainer, für die Spieler, für die Top-Talente da war. Und dann gibt es aber auch die eine oder andere Anekdote, dann auch außerhalb des Fußballs. Aber die behalte ich jetzt erstmal für mich, ehrlich gesagt. Gibt es noch Fragen? Gibt es noch Bedarf? Dann herzlichen Dank fürs Kommen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Samstag 15.30 Uhr beim SC Freiburg. Da treten wir an. Bis dahin. Bleibt gesund. Hau he. Danke. Danke.